Neumond in Wassermann am 1. Februar 2022. Zutritt nur für Verrückte. Oho, Zutritt nur für Verrückte. Woher kennen wir denn diesen Satz? Oder kennt ihr vielleicht diesen Satz schon mal wo gelesen? Ja, falls ihr den Steppenwolf von Hermann Hesse gelesen habt, da findet nämlich der Protagonist seines Romans Harry Haller am Ende des Romans den Zugang zu einem magischen Theater. Und an der Tür steht eben dieser Satz, Zutritt nur für Verrückte. Und verrückt sein ist ein typisches Phänomen des Sternzeichens Wassermann. Was hat das nun mit unserem kommenden Neumond am Dienstag 1. Februar morgens um 6.45 Uhr zu tun? Welche Ebenen könnten sich da verrücken im wörtlichen Sinne oder auf andere Ebene heben? Mein Schlagwort für diesen Neumond wäre vielleicht Entfesselungskünstler gesucht. Weil, zwar hat der Wassermann ja ein großes Bedürfnis nach Öffnung, Spontanität, Wassermann ist ein Luftzeichen, also nach Freiheit, auch nach Rebellion, nach ungewöhnliche, neuartige Dinge tun. Aber an diesem Neumond ist, wenn ihr hier mal genauer auf die Grafik schaut, auch das Zeichen Steinbock sehr stark. Und das Zeichen Steinbock legt uns hin und wieder Fesseln an, begrenzt uns, schränkt uns ein, unterwirft uns Pflichten. Wir haben für Deutschland oder auch für Österreich einen Steinbock-Ascendenten. In Österreich steht sogar Merkur und Pluto in Steinbock direkt am Ascendenten. In Deutschland nicht ganz so direkt, wenn wir es auf Berlin berechnen. Dann haben wir auch noch Venus und Mars in Steinbock. Somit also an diesem Neumond eine klare Auseinandersetzung zwischen den sozusagen alten Kräften, Ein Blick auf die Vergangenheit, bestimmte Muster aus der Vergangenheit werden hier deutlich werden. Es ist wie ein Fahrstuhl zurück ins Jahr 2021, denn dieser Neumond löst das Quadrat Saturn-Uranus aus, welches uns letztes Jahr so stark beschäftigt hat und welches gesellschaftlich so teilweise wirklich schwierige Auseinandersetzungen zwischen den eher ängstlichen, sicherheitsbewussten Personen und den vorwärtsstrebenden, etwas mehr laissez-faire, freiheitsbedürftigen Personen erzeugt hat, auch Gräben aufgerissen hat. Und es wird in den Tagen um diesen Neumond darum gehen, noch einmal diesen Graben spüren zu müssen und neue Umgangsformen damit zu finden. Also das Thema Einschränkung versus Freiheit. Die Sehnsucht nach Grenzen zu überwinden, ja fast Grenzen zu sprengen oder eben nach Entfesselung, diese Sehnsucht wird ganz stark sein und in diesen Tagen sehr deutlich werden. Vielleicht auch erst in den Tagen nach dem Neumond, weil der Neumond selbst ist ja noch wie ein Same, der gelegt wird, der noch in der Dunkelheit wartet, aber dann einige Tage später beginnt aufzugehen. Also wir können gesellschaftlich mit starken Auseinandersetzungen rechnen, mit starker Gereiztheit. Der Uranus steht ja in Spannung zu dem Neumond und die Auseinandersetzung zwischen den saturnischen Kräften der Beharrung und den uranischen Kräften des Fortschritts wird noch einmal, wie eben schon letztes Jahr, sehr deutlich werden. Ja, dieser Neumond rekurriert sogar noch weiter zurück auf den Beginn der Pandemie im Jahr 2020, als Saturn in Konjunktion zu Pluto gestanden hat. Und das ist ja der Startpunkt gewesen, wo kollektive Ängste ausgelöst wurden und diese Angst bei sich selber jetzt noch einmal zu reflektieren, tief anzuschauen. Merkur steht ja zusammen mit Pluto am Aszendenten. Merkur rückläufig. Rückläufig heißt, wir wenden unseren Blick, unsere Gedanken zurück in die Vergangenheit. Also zu reflektieren, wie habe ich mich denn verhalten? Hatte ich Ängste? Wie war mein Umgang mit Sicherheit und Abgrenzung? Wann habe ich vielleicht begonnen, wieder mehr ins Vertrauen zu gehen, mich zu öffnen? Wie bin ich mit Menschen umgegangen, die jetzt da völlig anders agiert haben und so weiter? Also diese Reflexion, dieser Rückblick ist jetzt Anfang Februar äußerst wichtig und auch das Gespräch mit anderen, wie Sie es erlebt haben, wie Sie sich dabei gefühlt haben und wie es Ihnen im Moment geht. Das könnte uns sehr helfen, die durchaus auch gestresste und angespannte Stimmung, die an diesem Neumond entstehen kann, mit dieser Stimmung umzugehen und daraus dann auch wirklich was Positives für uns zu ziehen. Die Frage ist ja nun wirklich, was ist in diesen Tagen Anfang Februar stärker? Die saturnische, sozusagen alte Energie oder die wassermännische, neue Energie? Gesellschaftlich sehen wir das am Beispiel Omikron, an der Frage, wie schätze ich diese neue Variante ein, diese neue Mutante? Daran sehen wir das ganz deutlich gespiegelt. Für die einen ist es Aufbruch in die Zukunft und man könnte diesen Neumond eben auch mit solchen Schlagworten belegen. Eben Aufbruch in die Zukunft oder Waage die Zukunft oder so etwas, aber das klingt da ein bisschen nach Parteipropaganda. Auf jeden Fall, das wäre die eine Seite und die andere Seite wäre natürlich eher, wenn wir den Blick auf Omikron nochmal nehmen, die Angst, es könnte doch alles entgleisen, es könnte doch schlimmer werden als gedacht und darum lieber noch die Sicherheitsgurte anbehalten. Das wäre die saturnische Haltung. Also wir wissen nicht genau, welche dieser Richtungen hier überwiegt, aber nachdem ja das immerhin ein Neumond in Wassermann ist, denke ich schon, dass die Kräfte des Aufbruchs hier etwas mehr Kraft haben. Saturn aber sitzt direkt auf dem Neumond und kann damit natürlich dieses Bedürfnis nach, die Zügel immer noch fest in der Hand halten, nach Kontrolle, nach Struktur und Gesetz, dieses Bedürfnis kann sich auch an diesem wassermännischen Zeitpunkt dennoch gleichzeitig stark zeigen. Ja, was kann das nun für uns persönlich bedeuten, wenn wir mal von der kollektiven Ebene weggehen? Für uns persönlich könnte es in gewisser Weise darum gehen, rückblickend noch mal zu schauen, wo habe ich mich selber eingegrenzt, eingrenzen lassen, welche Muster des Funktionierens haben mir vielleicht nicht gut getan. Dieser Neumond bringt uns eine sehr gute Gelegenheit, alte Muster abzulegen, neue Freiheiten, die wir uns selbst zugestehen, sozusagen Selbstauflockerung zu betreiben und alte Muster wirklich gründlich in der Vergangenheit zu lassen, da, wo sie auch hingehören. Natürlich nur dann, wenn sie uns nichts mehr bringen, wenn sie uns eher behindern. All die Muster, die uns stärken und guttun, die sollten wir natürlich selbstverständlich weiter behalten. Das ist so was wie Gewohnheiten, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten vielleicht schon haben, die uns gar nicht mehr so auffallen, die uns aber doch immer wieder abbremsen könnten. Jetzt bildet sich mit diesem Neumond eine hervorragende Gelegenheit, solche Gewohnheiten erst einmal wahrzunehmen, zu hinterfragen und auch abzulegen. Es könnten auch Gewohnheiten oder Muster sein, die sich auf unsere Beziehungen, auch auf unsere Partnerschaften beziehen, denn wir haben auch Mars und Venus in Steinbock. Interessanterweise mehr im Hintergrund, im zwölften Haus. Also es könnten sozusagen erst einmal von uns unbemerkt auf der Ebene von Partnerschaft diese nach Freiheit strebenden Prozesse entstehen, vielleicht auch gespiegelt durch unseren Partner, dass er oder sie plötzlich mehr Freiheitsbedürfnisse verspürt. Und dann wäre es gut, die auch ernst zu nehmen und in einen Austausch mit dem Partner oder mit sich selbst darüber zu gehen, wo habe ich große Sehnsucht nach Veränderung, nach Öffnung oder nach Befreiung. Wie gesagt, Entfesselungskünstler, befreie dich von deinen eigenen Fesseln, die du ohne es zu wollen, dir von anderen hast anlegen lassen oder dir sogar selbst angelegt hast. Auch das kann durchaus passieren, dass du in bestimmten Ebenen deines Lebens durch Gewohnheit, durch immer wieder so ähnlich handeln, dich ohne es zu wollen, selbst eingeengt und beschränkt hast. Zu Mars und Venus in Steinburg steht der Jupiter in Fische harmonisch, sextilisch gestellt. Also hier bekommen wir auf jeden Fall kosmische Unterstützung für diese Entwicklungsvorhaben, die in unseren Beziehungen stattfinden könnten. Auf der kollektiven Ebene, wo eben sehr viel Unruhe entstehen wird, durch Uranus Entspannung zum Neumond, da gilt es sicherlich Ruhe zu bewahren, unser Ego nicht zu wichtig zu nehmen. Wir sehen hier eine starke Betonung des ersten Hauses in diesem Neumond und damit möchte unser Eigenwille voranpreschen und sich durchsetzen. Das ist da auch gut so, wo wir uns eben zu sehr haben beschränken lassen. Aber insgesamt gilt es dennoch auch, den anderen zu respektieren und vielleicht erst einmal einen Moment innezuhalten und abzuwarten und nicht hektisch zu agieren, was immer die Gefahr von wassermännischen Spannungen ist. Die bringen natürlich auch Überraschungen. Es werden in diesen Tagen Überraschungen kommen, auf der gesellschaftlichen und auf der privaten Ebene, die wir nicht vorhersehen können. Dann ist es einfach gut, nicht unruhig und überstürzt und quasi schnell, schnell darauf zu reagieren, sondern erst einmal sich zu zentrieren, in seine eigene Kraft, in seine innere Mitte zu gehen und dann erst zu handeln. So wünsche ich euch, dass ihr diese nicht ganz einfachen, aber wie ein Booster in die Zukunft wirkenden Energien gut für euch nützen könnt. Alles Gute und ein gutes Ende für den Januar und einen interessanten, überraschenden, vielleicht auch verrückten Start in den Februar. Tschüss! Tschüss!